Strahl-Sund ist, wie man so sagt, eine Marke geworden. Und man verbindet damit die Backsteingotik, die alten Straßen, das Kopfsteinpflaster, die großen Kirchtürme. Natürlich den Sund und das Wasser und St. Jakobi ist die jüngste der großen Strahl-Sunder Pfarrkirchen gewesen. Als Gründungsdatum der Kirche gilt das Jahr 1303. In dem Jahr hat der Rügenfürst den Ratsmännern von Strahl-Sund das Patronatsrecht an der Jakobischule verliehen. Bereits 1951 bis 1953 ist die Kirche wieder aufgebaut worden. Das heißt, das Dach ist geschlossen worden. Und dann hat man sich 1995 bis 1996 erstmal mit der Sanierung des Turmes befasst. Über viele Jahre, 1997 bis 2005, erfolgte die Außensanierung und vielen, vielen Bauabschnitten. Viele kleine Bauabschnitte zum Teil auch. Und schließlich 2009 bis 2017 die Sanierung des Innenraums, die dann wirklich 2017 abgeschlossen wurde, auch mit der Temperierung des Kirchenraums. Das Anliegen der Stiftung Kulturkirche St. Jakobisch-Strahlsund ergibt sich aus dem Satzungstext. Und da steht, Förderung von Kunst und Kultur durch Erhaltung der St. Jakobikirche für die Öffentlichkeit. Und da steht, Förderung der Stiftung Kulturkirche für die Öffentlichkeit. Mit der Vollendung und Einweihung der neuen Wegscheideorgel hier in der Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund ist in unserer Stadt eine ganz besondere und gewissermaßen einzigartige Orgelsituation entstanden. Die Altstadt Stralsund ist ja durch die UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen worden. Und wir finden hier drei große Backsteinbasiliken, die alle auch den Zweiten Weltrieg überstanden haben. Und nun mit der Vollendung der dritten Orgel drei monumentale Orgelwerke besitzen, jeweils von einer ganz ausgeprägten Stilistik. Das macht Stralsund als eine Orgelstadt im gesamten Ostseeraum einzigartig. In der Marienkirche befindet sich die älteste der drei Orgeln. 1659 wurde sie vollendet durch Friedrich Stellwagen aus Lübeck. Es handelt sich um ein großes Konsortinstrument im frühbarocken Stil mit mitteltöniger Stimmung. In dieser Stimmungsart ist es die größte historische Orgel, die wir in Europa vorfinden. Die zweite historische Orgel steht in der ehrwürdigen Ratskirche St. Nikolai, der Hauptkirche Stralsunds. Ein früh romantisches Instrument, ideal für die Orgelkomposition beispielsweise von Felix Mendelssohn Bartholdi und Robert Schumann. 1841 wurde diese Orgel durch Karl August Buchholz aus Berlin vollendet. Und sie ist die größte historische Orgel in Deutschland aus der gesamten ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu diesen beiden einzigartigen historischen Werken kommt nun ein neues Instrument, die neue Wegscheiderorgel hier in St. Jakobi. Die aber gewissermaßen ein altes Kleid hat, denn sie steht in einem barocken Gehäuse von 1741. Er baut für eine Orgel Christian Gottlieb Richters und dieses Instrument vertritt nun auch, wie die Optik es schon eigentlich nahelegt, den Klangstil des 18. Jahrhunderts. Die Firma Wegscheider hat diese Orgel in enger Anlehnung an den Stil Gottfried Silbermanns und Joachim Wagners gebaut, sodass wir mit diesem Instrument hier im Bundesland zum ersten Mal eine große Bachorgel haben. Nebenbei bemerkt ist dieser Orgelbau auch der größte Orgelneubau, der nach dem Fall der Mauer im Land Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden konnte. 그렇iv schon mal ein neues Friseiner von Wommern. Vor drei Jahren haben wir hier begonnen, diese Orgel zu untersuchen. Nachdem wir den Auftrag bekommen haben, haben die Orgel natürlich dann erstmal entkernt, haben sie ausgemessen, haben die statischen Probleme gesehen, haben das gerichtet, haben auch gefunden, dass ein Stück Orgelbaugeschichte nach dem Ende des 16., frühen 17. Jahrhunderts in der Orgel vorhanden war, haben das dann rekonstruiert, haben das ganze erste Jahr gezeichnet. Und die nächsten zwei Jahre haben wir dann die Teile gebaut. Wir haben einige Teile der ursprünglichen Orgel von Richter wiederverwendet, die Windladen, einige Teile von Marx aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben wir wiederverwendet, einige Trakturteile, also Übertragungsteile, und haben dann die Pfeifen in Dresden gebaut. Und das Ziel war, an dieser Orgel etwas zu schaffen, was sich im 18. Jahrhundert Bach gewünscht hätte. Bach in Leipzig ist herumgereist nach Norddeutschland, in Thüringen, er war in Brandenburg. Und wir haben alle aus diesen Elementen haben wir dann nach den historischen Befunden, diese Orgel, die es schon mal gab, aus diesem Ganzen haben wir einen Mix gemacht und haben eine neue Orgel erschaffen, die also diese brandenburgischen und diese sächsischen Elemente, aber auch ostpreußische Elemente, norddeutsche Elemente, thüringische Elemente, in den Pfeifen, in den Mensuren, ein etwas passendes macht zu diesem wunderbaren Gehäuse. Dass also die Ohren jetzt so bedient werden, wie die Augen, wenn sie auf den Prospekt blicken. Also dieses Pralle, nicht das Laute, Starke, sondern die Fülle, die kraftvolle Fülle, das war unsere Idee und die Farbigkeit. Und so bin ich als Norddeutscher, der nun in Sachsen schon 45 Jahre lebt, komme ich in meine Heimat mit diesem Heimatgefühl, das immer noch da ist, die Luft, die See, der Wind hier nach Stralsund und bringe jetzt meine ganze Lebenserfahrung mit den Orgeln hier nach Stralsund. Insofern ist dieses Werk also eine Herzensangelegenheit und es ist vielleicht, so geht es auch meinen Kollegen, die schönste Orgel, die wir bisher überhaupt neu gebaut haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von der Ber Liternung des ZDF für funk, 2017 ketten